Moin Leute, heute ist mal ein kleines Video auf meinem Kanal und mit dabei ist der liebe Christian. Hallo. Guck mal. Ja, heute gibt es mal wieder nach einer sehr langen Zeit ein Garnow-Vereins-Video, weil, ja, habt ihr gesehen, seit 1-2 Jahren oder so habe ich für lange Zeit, nicht, vor einem Jahr oder so, habe ich kein GW1-Video mal aufgeladen. Oder so, und das ist halt richtig lange her, Leute, und ich hatte einfach mal richtig Bock, mit dem lieben Christian in GW1-Videos zu machen, und zwar spielen wir, glaube ich, das erste Mal Gartenkommando in GW1, und, ja, nicht wundern, wenn es ein bisschen laggt, ich bin bei Christian beigetreten. Also, ja. Nicht dem. Besser. Ja, oder, ja, okay, das war eigentlich mein Lieblingsort, aber... Ja, aber da ist halt mit dem Grün. Ja, oder, ja, da kommen wir neben dem, doch den, ist egal. Ja, okay. Ja, da hinten sind Bogenkneikers. Ja, lasst zum Bonus. Ja, aber, achso, und Leute, ich wollte nur kurz eine Sache sagen, also, wenn ihr auf meinem Kanal auch vorbeischaut, dann wisst ihr ja, dass ich jetzt auch gar nur für 1-Videos hochgeladen habe, und bei diesem Garten da hinten, Dario, das ist auch interessant für dich, da ist das auch, diese komische Sachen mit dem Fußball, da passiert. Warte, bleib mal kurz stehen. Okay. Der ist irgendwie hier, ist der irgendwie in die Luft gesprungen, und dann ist der da oben, ist der dann irgendwie stecken geblieben, da oben, ganz in der Himmel, da. Ja, lol. Lul. Das wäre ein paar komisch, Leute. Super. Erstmal direkt die Münzen hier einsammeln. Ich bin übrigens auf der Schwierigkeit normal, Leute. Ja, schwer. Ja, jetzt machen wir viel was für dich, Alter. Ja, weil schwer und verrückt haben ich und der Christin ja ins Handy-Video ja geschafft. Ja. Jetzt hat Christin auch eine Platin-Trophäe, wie ich. Nee, noch nicht, weil ich muss noch eine Aufgabe machen, Leute. Oh, und welche denn? Ja, irgendwie mit der MG-Erbse in der Multiplayer-Rolle irgendwie so viel zu machen. Lol, lol, soll ich doch das sagen? Ja. Ich hatte die gleiche Trophäe, die war auch meine letzte Trophäe, die ich nochmal haben musste. Ja. Lol, die ist gar nicht so schwer. Ja, ich weiß nicht, ja. Ja, ich hab's auch easy, glaub ich, easy geschafft. Boah, schau die direkt weg, Alter. Ja, Leute, wie ihr es schon wahrscheinlich gesehen habt, bin ich der Chester-Schnapper. Jedenfalls ein besonderer Schnapper in GW1, den es in GW2 nicht mehr gibt. In Battle for Neighbor auch nicht. Im Klissen ist die Feuer-Kack-P. Ja. Und die gibt's ja auch in den ersten zwei Teilen, aber in Battle for Neighbor will ja auch nicht. In Battle for Neighbor will geflogen, so gefühlt nichts. Ich hab' keine Charakter gelassen, aber Mr. Koala hat's ja auch irgendwie erzählt. Ja. Äh. So, ich hab' jetzt nur zu helfen, ey, ey. Ich hab' gar keinen Kill. Ich hab' ja nicht so schlimm, Alter. Ich hab' ja nicht so schlimm, Alter. Ja, ist ja nicht so schlimm, Alter. Ja, ja. Ah, ja. Oh, hab' ich wohl so schmiedig, Alter. Egal. Christian hat 1 auf 12, Alter. Ein richtiger Memo. Das ist ein richtiger Bum, oder? Ja. 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 Boah, Alter. Ach, komm. Schleif-Vorlage. Ja. Ja. Du hattest ja keinen Kopf, wo ich ihn gegessen habe. Erst wo wird. Ne, ist bei GW1 auch manchmal so. Äh, GW2 meine ich. Einfach GW1 da. Ja, da fehle wirklich neu, aber. Ja. Eck. Da. Höö, still im Gestürchen. Ups. Hm. Hm, lecker. Wo ist denn der Letzte? Äh, ich weiß es nicht. Oder unten. Ich glaub' ein Fuss-Ulser. Oder? Ja, hab' ich doch gedacht! Und ich verfehle erst mal und krieg den, krieg den erst direkt. Ach, dann muss ich hin. Egal! So, da nehmen wir ein paar Miefen hin. Ach, Schatz geht. Er hat irgendwo in den Miefen, aber... So ist es egal. Ich habe noch eine halbe Minute, um den zu finden. Ja, aber okay, das Binnen ist ja nicht höchst, ja. Sollte ein bisschen da unten sein. Die Schiffchen, oh ne. Jetzt haben wir eine Minute 37. Na ja. Wo ist der überhaupt? Der ist ja unten, der ist ja unten. Wir werden den besiegen kriegen, ja. Der kommt von dir. Was? Ich habe den eingeschleimt, den Kek. Ey! Ach du, ich bin fast down! Alter, wie schnell! Ich bin down! Was ist das denn? Ist ja halt normal. Na ja, hier ging ich nüt. Ich hätte sie nicht auch wieder blieben können. So, ich bin nicht gegessen. Das ist egal, jetzt hat er mich wieder eingefroren. Ja, das ist auch so. Ich glaube nicht, schaffen wir noch. Ja, der wurde eingeschleimt. Ich glaube nicht, schaffen wir noch. Ich bin wieder eingeschleimt. Ja, wir haben den! Sauber! 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 Ah, ich leg den noch! Ah, okay! Das ist weg! Zw陣! Ja, der eine ist tot ist! Ja, dann eine ist tot! Es läuft! Läuft! Bin ich? Bin ich zu langsam oder was? Na ja, ist doch ganz gut bei mir. Bei mir war es doch ganz gut bei mir gerade. Stimmt, ich hätte hier auf den Dings spielen können, den, äh, wie heißt denn nochmal das Schnapper-Ding? Weil ich hab, so, letztes Mal, wo wir gespielt haben, hab ich ein Upgrade für den nachhalben. Nein, den hätte ich am besten nehmen sollen, dann hätte ich mehr Schaden bekommen. Ne, dann wäre ich schneller und hätte mehr Leben. Egal. Alter! Ja, der Schnapper ist aber nicht ganz gut. Aber ich hätte erledigt, ne? Ja, ich hätte ihn nur killst du oder was? Ne, hier sind von dieser Seite ein Part. So haben wir es bekommen. Warte, ich muss mal kurz Reibogen setzen. Ja, das wäre so nett. Danke, Christian. Kein Problem, ja, den kannst du schon machen. Wie bitte? Ja, da ist noch ein Tochter. Kannst du von mir das wollen machen. Ach so, okay. Oh, ne. Mach mal Eispilz. Ja, geht. Jetzt heißt der Vampir. Ja, es ist in Ordnung eigentlich. Der Grabstein ist jetzt nicht so geil, aber ja, geht eigentlich. Ach so. So, da ist vorne ein Grabstein, Leute. Da ist mal eben... Ja, da wurde... Hä, der Vampir wurde ihm jetzt... Egal. Irgendwie als letzter Zombie, ähm. Angestellt. Aua. Aua. Digga, der ist voll stark. 25 Shards oder so. Ne, der hat 30 gerade gemacht. 30 Damage. Zu Schande. Aber Digga, ich muss den eigenen Grabstein schnell töten. Ja, okay. Ich hab's nur geholfen. Ja, okay. Schön, oder? Ja, schön. Ja, schön. Gut gemacht. Hat zu werden. Ja, natürlich. Der eine haben wir schon mal weg, Böse. Hm. Geht's mal da oben. Der eine ist schon wieder. Da ist der, da ist der. Der hat sich geheilt. Mist. Der hat an meiner Heilblume online. Oh, der hat ja die Mies weggebrüttet. Der hat sich wieder voll geheilt, oder? Die Krippen, ich brauch mal deine Hilfe. Ja, ist doch... Ja, moin. Mist. Ey, warte, ey. Digga. Du bist so stark. Warte kurz, warte kurz. Erledige fünf Schiff... Fünf Schiffswrack-Piraten. Ja, das könnte eigentlich easy werden. Ja, die, die in einem Fass versteckt sind. Das war. So, das ist los, finde ich. Ja, gut. Ach, dann noch mit Staffelkau und dann drei Wäsche schaffen dann einer Falle. Okay. War gesetzt. Ja. Oh, Alter, der hat in meine Mine gerascht. Lol. Der hat wirklich viel Schaden da durchgekommt. Los. Ja, ich hab hier. Mach Schluss, ja. Sehr gut. Du auch. Ich hab ne Heilblume. Sehr gut, danke. Bitte. Kannst du mal feiern, du kleines Blüten? Ich hab ein bisschen geistig. Ich hab ein bisschen geistig. Ich hab hier geistig auch hier jetzt. Geist halt. Also, ich möchte mal... Also, gerade ist sie ganz ruhig. Ja. Ja, komm, mach mal mal ein bisschen Eis... Eis-Erbsen. Eis ist lecker. Leute, wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich ganz halt hier die Level... Alter! Warum ist da Wissenschaftler so stark? Ja. Ja, ich sag ja, normal ist auch nicht ganz älter. Naja, ist in Ordnung. Jedenfall... Ne, Steuerbord. Und das hat gezählt. Jedenfall, Leute, wenn ihr euch fragt, warum ich immer da rangehe. Ich möchte halt diese Aufträge halt auch mal so schaffen. Aber ja, ich glaub, ich werd's damit auch machen. Komm, geh rein. Hallo. Du Schisser, geh rein. Ja! 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 Ja, gut. Zum Glück hat er eine verfehlt. Sehr gut. Boah, also. Da noch Wissenschaftler da einfangen, Alter. Christian ist schon 200. Ich bin erst nur noch 89. Ja, aber ich glaub, ich spiel das schon länger, oder? Ich glaub schon. Ja, übrigens, Christian, was hat der Max-Range in GW1? Äh, 313. Oha. Ja. Das wirst du wahrscheinlich noch schaffen, irgendwann. Ja, das klingt eigentlich nichts mehr. Ja. Weil ein Eidon-Schnapperkuss mal da irgendwie mit mir. Ja. Hey Leute. Ach der Fußsoldat, der von der Eis-Erse soll. Mhm. Kann ich vielleicht so einen Wissenschaftler haben, oder so? Ja, wenn... Oder Intenieur. Weil ich muss halt noch ein paar Leute in meine Staffel kaut. Intenieur war ungünstig. Ja. Der Wissenschaftler wär aber fast draufgegangen. Ja, ich seh den. Okay. Warte. Warte. Ich glaub, ich muss den killen, oder? Darf ich fort, bitte? Ja. Ich muss schauen, ob du überhaupt zählst. Ja, das musst du auch chillen, Freunde. Ja, müssen wir den ganzen von mir killen. Ja, ich glaub schon. Und? Ja, ja, es hat gezählt. Ja, was war das denn von der Aufgabe? Ähm. Ja, so irgendwas mit Schiffswrack. Aber der war eigentlich nicht ein Fan im Schiffswrack. Also, ja. Pass. Äh. Nicht frack. Pass. Spieler in Yeti? Äh. Loll. Loll. Drei Mal. Und wachs jetzt schon bei der Aft? Ha. Ja, okay. Einfall ist doch nein. Äh. Normal ist eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, Leute. Äh. Das Video geht, glaub ich, gar nicht so lang, wie ich glaube. Gut. Aber das ist gut. Er kann... Ja! Ja! Der ist mein Ding. Und Mist. Aber Leute. Äh. Er war gerade mal dahinten, dass ich nur noch meine... Wände. Da geht grad eben die Dota. Okay. Ja, okay. Naah. Digga jetzt. Futter mich. Der Schitter. Der Mist. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Guck mal, da kommt der, Alter! Nein! Der Yeti liegt, äh... Warte. Besuch mein Bestes. Ja! Ja! Komm! Ja, okay. Äh. Soll ich respawnen, oder? Ja, okay. Ja! In letzter Sekunde. Ja! In letzter Sekunde. Hast du sehr? Hey lol! Was will der denn mit spenden? Nee! Von hinten! Hab ich? Nice! Alter! Oh nein, wir haben nicht so viel Zeit! Und der hat noch sauviel Leben! Immer noch? Ja! Ja! Schnell! Wir haben noch 10... 10 Sekunden! Geh doch drauf! Ja, ne! Wir schaffen's nicht! Obwohl! Nee! So knapp, Alter! Ja, aber trotzdem... 15 Sekunden! Wie hab ich den grad scha... Hä? 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 Der ist bei mir nochmal so, äh... nochmal in die Erde gegangen. Wir haben's grad... Wir haben's grad... 19... 44... Hm... Also Leute, okay... Da war jetzt aber ein Megabug, oder? Hä? Leute... Ja, ist schon komisch. Ist es dir schon mal passiert, oder nicht? Ne, noch gar nicht! Ja, auch noch nicht! Das ist komisch, naja... Hm... Äh... Das Spiel ist halt auch schon alt, Leute. Wir sollen halt... Darüber... Also... Also... Jaaa... Geh mal in Stachelkauf, bitte! Spiel ist aber immer noch well, Leute, also... Ja! Das würden wir euch natürlich empfehlen, und das sind zwei Schiffsfakt! Ich bin fast tot, oder was? Hab den! Ja, so... Ich war auf den Schiffsfakt! Komm! Oh... Staffelkraut! Lade ich doch jetzt auf! Nein! Na, egal! Unfall! Hat es gezählt als Krieg! So, warte... Oh, Mann! Ach, komm! Oh, Mist! Ey, ich mach schon! Ey, da ist der Autor! Ne! Boah! Entstanden! Äh... Junge Ernst! Nichts, versuch! Ah, dann macht er mich zurück! Ja! Machst du denn nicht? Ja, doch! Ich mach's denn nicht! Machst du? Hey, bei mir steht, dass du immer noch wieder Belebungen brauchst! Ja, das war bei mir gestern... Äh, oder letzten Laufe, obwohl ich's bei dir gemacht hab! Lol! Jetzt kommt Bosswelle, Leute! Oh Gott! Ja, das ist wirklich ein komischer Bug! Oh, dass der Fußsoldater immer in der Luft war! Ja, das ist komisch! Ja, ja! Das war aber in einer Online-Runde, oder? Ne, ne, das war hier gar nicht nur noch! Die waren da... Da war der... Jo! Lol! Ha! Komisch! Ja! Oh nein! Nicht schon wieder so ne... Oh, ich dachte schon! Ja! Ja, okay, Disco-Zumpen! Ja, Jechi! Oh, ne! Drei Pech auf einmal, oder was? Naja, wir werden's nicht so bezahlen, muss ich sagen! Naja, wir werden's nicht so bezahlen, muss ich sagen! Wir werden's nicht so bezahlen! Wir werden's nicht so bezahlen! Naja! Ich will einen von dir noch einfangen! Ach, Digga! So ein Angsthase, der hat auch sowas in Angst von mir, oder was? Der Ulster, der Ulster! Oh, jetzt kommt der mit, oder? Will er nicht sein, oder? Und ich bin fast tot! Ja, oder jetzt schon! Mist! Nicht, wo mich... Ich kann mich nicht mal wiederbeleben! Hat doch! War mein letztes Mal! Danke, mein Freund! Kein Problem! So! Ja, Leute, was ist gut! Ja! Ey, bei mir ist der Tettel immer noch wieder geblieben! Das genau wie bei dir! Ja! Ja! Ja, okay, jetzt liegt der, oder? Ja, komm! Ich war doch kurz vor der Erde! Gibt's doch nicht! Ja! Warum krieg ich so viel Damage als Schaden? Ach, der ist selber! Oh, jetzt kommt der, macht der ja aber noch! Ohhhh! Wahnsinn, ne Heilung! Ja, okay! Ja, die hat eliminiert auch noch, oder? Ich war doch in der Erde, ey! Was soll das? Aber der geht schon schnell da aus, finde ich! Der ist einfach nett! Der ist 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 nett! Der hat sehr viel Störst von dem Erden! Ja, der kriegt viel Stör, ne? Und der hat auch was tot! Und jetzt hab ich den auch singen gegessen! Ja, gut! Ja, jedenfalls, oder? Ja! Ja, ja, gut! Der hat ja auch 5 Geschaden, lieber! Oh, heilig, das ist wieder! Wie darf man einen Zombie-Teleporter, das gibt's doch auch nicht! Das ist super schwer! Ja, der geht sich halt dann, ne? Alter! Stirb doch, danke! Erledige 5 Zombies mit Stapelkraut! Also, ja! Auch ein Mal machen, Leute! Erledige 5 Zombies mit Tarn-Ministern! Ja, egal! Bei mir sind irgendwelche Niederschläger! Schon wieder, dass ich ohne den Kopf, oder was? Ich krieg' hier einfach nur diese... kleinen Piraten! Oh, ne! Ach, Digga, rum hab ich nicht getroffen! Oh, ne! Kann mir das Spiel sehen, wie er klären, bitte? Ja! Moin! Alter, der ist so nervig! Ja, ich weiß, aber! Ich sagte, der ist so nervig, dieser Team! Ja! Jetzt aber! 1.000 München verdient! Geil! Ich auch! Du, ey! Hast du mal einen Oktopus gefunden? Ich esse gerade einen Käseklotz! Hä! Käsekuchen! Kann er auch mal probieren! Oder was weiß ich! Käseklotz, hat er gesagt, ey! Ich weiß, du kennst du einen... Weißt du, was eigentlich Käsekuchen ist? Darf ich kurz ein Auto... Ja, okay! Ja, der war wegen den Brinschirn halt! So! Kon, kein Einer, bitte da! Hallo! Fass! Hallo! Fass, kurz einer, muss ich da hinlocken! Fass! Ja! Ja! Und es hat nicht... Hat's gezählt? Nö! Hä? Natürlich nicht! Ja, der war schon komisch! Ja, das ist einfach! Ja, das ist einfach! Da geht's doch! Ja, habt ihr ihn? Ja, natürlich! Wieso? Wie konnte er dich killen? Ja, als dass er nicht mehr viel Leben gab! Ja, als dass er nicht mehr viel Leben gab! Warte, ich hole dich gleich wieder! Hast du dich noch einmal eigentlich selbst wieder bedenkt? Ja, ne, ich kann mich noch zweimal wieder bedenken! Achso, gut! Warte! Dich nicht mehr! Warte! Passt schon! Aber jetzt schon schnell wie möglich ins Ziel! Bitte! Ja, schau mal! Ich bin jetzt gleich da! Ja, da war! Ja, das stimmt! Ja, manchmal ist es ja auch oben! Aber es ist immer klar, dass ich gewusst halte ist! Und jetzt kommt der Boss! Äh, Boss? Wo? Wo ist der Boss? Ja, ich hab ihn irgendwo gehört! Äh, Boss! Ich hab ihn irgendwo gehört! Und ein Schiffswrack! Ja, ich muss ihn killen! Ja, okay! Ja, okay! Ja, bitte! Äh... Achso, Schiss! Achso! Ja! Erledigen 5 Gegner mit Staffel! Hab ich jetzt geschafft! Das dauert so lange gedauert, oder was? Da ist der... Eingeschleimt! Ich hab noch eingeschleimt Käse! Ey, und meiner ist heute Kartoffel wieder gelatscht! Ha! Lul! Ja, ist doch ne Wunder eigentlich! Oh, wir haben noch 9 Minuten! Huh! Hä? Wie haben wir beides geschafft! Hey, warte kurz! Wir haben doch beide... Hä? Da stand grad, dass wir zwei so Bonus-Missionen abgeschlossen haben, obwohl wir es beim zweiten doch verkackt haben! Ach, stimmt! Hey, ich glaub das war so ein Bug, dass wir es geschafft haben! Ach komm, ich komm! Kann sein! Ja, jetzt könnten wir eigentlich auch noch mal eins kaufen! Richtig! Ich kauf ihm noch zwei Hilfen! Ja, ich glaub wir auch noch eins! Ich bin jetzt leider Bauch! Ja Leute, ich sag mal, das war ne richtig coole Runde mit dem lieben Christian! Hm? Ja Leute, ich sag mal, das war's mit dem Video! Schau doch bei meinem Kumpel Christian vorbei und auch bei meinen anderen Kumpels! Schlau! Und ja, ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Stream! Oder Video wieder! Ciao Leute! Ciao Leute! Ciao Leute!